Yo, ihr Lieben, zu-schu-wa! Drei Jahre schon dabei, drei Jahre hartgeschuftet für Videos und jetzt habt ihr mein Drei-Jahre-Special. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Und wie ihr seht, ich spiele eine Runde Bad Worm-Info-Video. Hier, ich bin der Remus und neben mir habe ich den Lukas-Michel-Sagallo. Aaaaaaah! Hallo! Machen wir ein bisschen leise zu einer neuen Folge von Minecraft. Wie ich blieb. Agra.io Minecraft, Playstation 4, FIFA 15, TvP mit dem Wienbergi zusammen, Map-Vorstellung, FIFA 16, Demo, Happy Wheels, Superbassion und Quick-Survival-Games, Cleverboot-Evie, Trottimulianische Spiele. Welcher YouTuber bist du? Minecraft. Akinator Skywars. Ja, Minecraft DvC, FIFA 16, Skill to win, Minecraft Hardcore, Minecraft Building Battles, Wintercraft, Build and Kill, Minecraft Skyboarder. Was ist denn jetzt hier? Der Platz kommt überall TT rein. Ich, ich, boah, ich bezweifle, ich schaff's noch aus dem Haus nicht mehr raus. Jungs! Nein! Jungs! Alter! Boah! Junge! Alter! Boah! Ein Herz! Ein Herz! Alter! Oh! Get out! Und ja, Leute, so schnell kann's gehen. Das war's mit meinem 3-Jahre-Abo-Special oder 3-Jährigen-Special von meinen Abos. Und jetzt will ich einfach nochmal fett Danke sagen. Danke an jeden, der bis dahin dabei ist, der von Tag 1 dabei ist, der meine Videos anklickt, der sie anschaut, der Spaß an den Videos hat. Danke an jede Person, die an mir einen schönen Kommentar schreibt. Danke an jeden Mensch, der mich in meiner YouTube-Laufbahn unterstützt, wie Freunde oder sonstige Leute in meinem Umfeld, andere YouTube-Buddies, Leute. Ich grüße euch alle und ich bin euch allen sehr dankbar, dass ihr mich in meiner YouTube-Laufbahn so weit wie ich jetzt bin unterstützt habt. Und ja, Leute, wir sind ja jetzt schon relativ weit beziehungsweise schon lange dabei. Und deswegen, Leute, würde ich einfach mal sagen, das war mein 3-Jähriges-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wie gesagt, danke nochmal für jeden, der mich bis hierhin unterstützt hat, wie es bis hierhin läuft, wie krass es auch immer, wie krass sich das auch entwickelt hat. Also, ich finde es echt super, wie es momentan läuft und ich finde es echt super nice und YouTube macht mir einfach so mega Spaß, Leute. Und ich will mich nur noch dafür entschuldigen, dass das Video leider nicht so aufwendig geschnitten wurde, wie ich es gerne gehabt hätte. Dabei hat es zeitlich einfach echt gefehlt, Leute. Ich habe dieses Video einen Tag vorher geschnitten und deswegen habe ich es leider zeitlich nicht geschafft, etwas richtig Krasses zu machen, Leute. Aber, falls der nächste Meilenstein dann gebrochen wird, dann kommt was richtig Heftiges auf euch zu. Und das hier war nur wie so ein kleines Vorspiel für euch, Leute. Da würde ich einfach mal sagen, haut rein, macht's gut, danke für eure Unterstützung und ciao.